Hallo, ich bin Julia Bauer. Ich bin TV-, Event- und Radiomoderatorin und Rhetoriktrainerin. Ich bin in Deutschland geboren, habe da auch noch viele Kunden. Mittlerweile lebe ich privat aber im schönen Zürich und man findet mich meistens in Fernsehstudios oder auf der Bühne, wo ich dann auf Deutsch, Englisch und Französisch moderiere oder Fach- und Führungskräfte bei ihrer Kommunikation unterstütze. Bevor ich damals zum Nachrichtenfernsehen zu N24 gegangen bin, habe ich meine Masterarbeit an der Diplomatischen Akademie in Wien geschrieben und da war schon das Thema Bekämpfung von Menschenhandel und Bekämpfung von Kinderhandel. Ich habe bei verschiedenen Charities ausgeholfen, im Studium und es war mir schon immer ein großes Anliegen, nicht nur für mich selbst zu lernen, sondern dabei vielleicht auch ein bisschen was zurückzugeben. Jetzt in meiner Selbstständigkeit habe ich natürlich sehr viel mehr Zeit als früher und dachte, es wäre an der Zeit, sich noch mal richtig zu engagieren und deswegen bin ich ganz, ganz froh, jetzt Botschafterin bei Enfant Dumont sein zu dürfen, wo ich gemeinsam mit der Organisation mich wieder stark machen möchte für das Thema Schutz von Kindern, Kinderrechte und vor allem das Thema Bildung. Mir persönlich liegt das Thema Bildung gerade deswegen am Herzen, weil ich selbst aus einem sehr bildungsaffinen Haushalt komme. Ich durfte viel reisen, Sprachen lernen, ich durfte studieren, was ich wollte und das hat mir nicht nur viel Spaß gemacht, Lernen macht ja Spaß, sondern ich merke einfach bis heute, dass es mir viele Türen öffnet und dass ich mich so natürlich ganz anders entwickeln konnte. Und genau diese Möglichkeit möchte ich vielen Kindern ermöglichen. Ich möchte, dass Kinder Chancen bekommen, um sich weiterzuentwickeln, egal wo sie leben, egal aus welchem Umfeld sie kommen und ich möchte, dass diese Themen nachhaltig und in die Zukunft gedacht angegangen werden. Und genau das macht Enfant Dumont in meinen Augen richtig gut und deswegen freue ich mich mit dabei zu sein. Ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald und sage bis dahin Tschüss! Au revoir!